schon gesehen. Hier bin ich nämlich weggefahren. Alter! Schon wieder weg. Das nervt. So, nächste Folge vom Battle. Wir sind auf der Spur von Lyskario und Cube. Und wir sind mega nervös. Wir sind wirklich mega nervös. Ach, du Scheiße. Okay, weißt du, wo sie lang sind? Cube ist unten am Berg lang. Unten am Berg lang, okay. Ich glaube, Lyskario ist über die Bergzange. Komm, dann lass lieber in die Richtung laufen. Cube will ich ungern über den Weg laufen, muss ich sagen. Ja, aber du läufst ja in die Richtung von Cube. Nee, 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 da ist in die andere, oder? Nee, nee. Irgendeiner ist in die Richtung nach da hinten gelaufen. Ja, das war, glaube ich, Lyskario. Glaubst du? Okay, wir sneaken einfach. Wir schaffen das. Du bist da? Gut. Kannst du eben was essen? Ähm, schön Ausschau halten. Oh Gott! Meine Fresse. Die haben so mega aufgeholt. Deswegen habe ich so mega Angst vor denen. Sind bestimmt oben auf dem Berg drauf. Äh, ich sehe keinen. Du hast die Enderperle, richtig? Ja. Gut. Wollen wir auf den Berg drauf gehen? Nee, da sind wir mehr bemerkbar. Ja, komm, lass hier an der Wand weitergehen. Ähm, hier ist keine Wolle. Alter! Es wäre schon irgendwie geil, die so in den Hinterhalt zu locken. Oder? Ja. Die Augen auf. Ja, du bist da? Gut. Da hinten, ich kill kurz das Skelett. Ein Pfeil mehr. Komm, hier unten entlang. Ähm, hier oben. Komm, komm. So. Ja, gut, warte. Ich muss hier eh aus dem Loch raus. Hast du gerade XP eingesammelt? Hä? Äh, ich habe nur... Nee. Warum? Also, wo bist du? Hier, hier, hier. Komm, da hinten ist ein Battle. Komm, lass... Wenn wir hinrennen, können wir vielleicht abstauben. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Komm, lass mal ein bisschen in die Richtung laufen. Ich halte nach links Ausschau und du nach rechts. Also, du berg, ich über den Fluss, okay? Ja. Wieder ein Pfeil mehr. So, bleib bei mir. Gut, du bist da. So. Lage checken. Siehst du jemanden? Nee. Gut. Weiter gehen. Die ist auf das Skelett hier. Immer so von Punkt zu Punkt gehen und immer Lage checken. So, ich gucke weiterhin nach links. Sehe keine Person. Siehst du jemanden? Nein. Gut. Dann lass zur Kuh gehen. So. Kuh weg. Immer noch keine Einsicht? Mhm. Gut. Da hinten Wüste. Aufpassen. Spinner. Achtung, von hier. Wow. So. Gut. Ich bin da. Ähm. Ich sehe immer noch keine. Ähm. Zombie, von hier. Wir müssen Wolle platzieren. Warte. Äh. Ich mache kurz BeLive. Okay. Oh, fuck. Warte. Ja, komm. Hier hin. Lass hier platzieren. Ja, ja. Hier ist perfekt. Ja, warte. Ähm. Slash BeLive. Vielleicht noch ein Ticken weiter runter. Äh. Neue Wolle. So. So. Ähm. So, ich platziere es hier. Quack. Es geht nicht. Dann. So, hier platzieren. Scheiß drauf. Okay, komm. Komm mit. Wollen wir über den Fluss gehen? Wird ganz ungerne in die Wüste. Ja? Wegen den Mops? Weil die Wüste, nein, weil du da alles siehst. Dann lass in die Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Hier kannst du wenigstens noch so ein bisschen... Verstecken. Wobei, hier sind auch Hügel in dieser Wüste. Lass mal rüber gehen. Vielleicht finden wir da ja Wolle. Bist du da? Ich bin hinter dir, ja. Sehr schön. Gut. Ähm. Deckung am Fels. Gut. Ah, da ist Wolle. Da ist blaue Wolle. Abbauen. So, Achtung. Ich baue die Wolle jetzt ab. So. Wir müssen weiterlaufen. Ja, Ex-Solo ist tot. Weiterlaufen. Ja, aber das heißt, dass Cube jetzt den übelsten Stuff hat. Fuck. Jetzt dürfen wir Cube nicht mehr begegnen. Ja, außer er ist geschwächt. Er hat immer noch Liscario dabei. Ja, komm. Du bist da? Bist du da? Gut. Gut, gut, gut. Wohin? Komm, hier. Komm, folg mir einfach. Wir müssen jetzt erstmal vor den Mobs weg. Bist du hinter mir? Ja. Gut. Erstmal die Mobs hier ignorieren. Die sind erstmal scheiße unwichtig. So, äh. Hier über den Fluss. Zuckerrohr brauchen wir nicht mehr. So, komm. Oh, fuck, ey. Bist du da? Super. Bin hinter dir. Gut. Dann gehen wir hier noch nach oben. Ey, Mann. Da hinten ist ein Enderman. Den würde ich gerne killen. Ja. Du bist immer noch... Oh, fuck. Wo ist er jetzt hin? Ah, da ist er noch. Gut. Bist du immer noch am Start? Bin immer noch hinter dir. Fuck. Wo hat er sich hingeportet? Da. Oh, ja. Ender Pearl. Nice. So, die kommt da hin. Lassen wir noch essen. Kommt in die Richtung. Ich suche jetzt noch eine zweite Wolle. Dann können wir die nämlich einlösen. Okay. Ja. Warte. Ja, das war mein Plan. So. Lass einfach hier weitergehen. Auf die andere Seite. So. Gut. Ähm. Wo bist du? Da. Sehr schön. Ja, ich bin so mega aufgeregt. Ja. Wir organisieren uns jetzt noch ein Level. Beziehungsweise ein Leben. Guck mal. Hier muss es vor kurzem ein Battle gegeben haben. Hier war nämlich ein Pfeil. Sehr schön. So. Äh. Ja, guck. Hat den Bogen bekommen. Haltbarkeit 1. Stärke 1. Hier hat jemand getauert. Schau. Ja. Aber das kann auch länger her sein. Es was. Was? Es was. Ja, stimmt. Ja, gut. Ähm. Ich geh hier den Berg rauf. Ey, Mann. Wir hätten die vielleicht doch insgeheim verfolgen sollen. Und während dem Kampf mit Ex-Solo abstauben. Der hat denen bestimmt mega Schaden zugefügt. Wir haben doch versucht, die zu verfolgen. Ja, okay. Stimmt. Wir haben sie aber verloren. Oh, voll mies. Guck mal. Hier hat jemand Wolle platziert. Direkt in der Lava. Mann, Mann, Mann. Ich bin so mega nervös. Aber ich hab irgendwie voll Bock drauf. Das macht mich grad voll an. Was? Wait, bitte was? Ja. Oh, ja. Lager checken, Lager checken. Siehst du jemanden? Gut, runtergehen. Hier hat auch jemand Wolle platziert gehabt. Hm. Wieder hochgehen? Ja, komm. Ähm. Hofer. So. Äh. Wow. Hier ist ein Schaf. Das kann uns vielleicht Wolle geben. Hä? Na ja. Komm. Lass machen. Wir holen uns die Wolle von dem Schaf. Dann haben wir ein Leben mehr. Dürfen wir doch gar nicht. Merkt keiner. Natürlich. Nein. Oder meinst du, unsere Abonnenten verpetzen uns? Natürlich nicht. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich bin halt heiß. Du bist, du bist die Flamme von Fantastic Four. Ja. Ja. Oh jo. Ich glaube, die ganzen Gegner und so, die bauen sich gerade auf. Ich glaube, Cube feiert gerade richtig. Und irgendwie freut mich das total für ihn, weißt du? Warum? Weil, so, weiß nicht, so vor dem Battle noch so, oh nee, wir fliegen heute eh raus. Und jetzt ist er wieder so am Start. Irgendwie freut mich das gerade voll. Hallo? Ist das unser Gegner? Ja, ich weiß. Aber wir gewinnen das Ding. So oder so. Ja, ja. Wir gewinnen, dass er nochmal sein Comeback hatte. So, dann würde Team Schwarz rauswerfen, wäre auch cool. Okay. Das sind Hühner. Killen. Was ist denn für ein Baum da, Alter? So, ähm. Aber wie lange geht denn das noch? Ich würde pennen. No. Kein Bock mehr. Müde. Dann geh schlafen. Ja. So. Ist halt scheiße, wenn man morgen arbeiten muss. So ist das. Wow. Alter. Blauwolle. Wer war blau? Exo-Wolle? Oh, die müssen jetzt richtig einstecken. Was passiert? Ja. Kommt vor. Gibt solche und solche Zeiten, ne? Hahaha. So. So. So, gut. Ähm. Ist hier Woller vielleicht? Ja, ja. Das habe ich mir gerade auch schon gedacht. Oh, Mann. Hier. Pisser. Oh, da hinten sind welche. Da hinten sind welche. Komm, 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 komm. Dranbleiben. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Schafe droppen, keine Wolle, okay. Komm, hier. Einfach im Eck bleiben. Bist du da? Ja. Wir machen jetzt alles oder nichts, oder? Da hinten. Die laufen da hinten. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber die sind da hinten. Bist du hinter mir? Ja, kannst du aber auch nochmal. Okay. Bin relativ weit weg von dir. Ja, okay. Komm. Die sind da hinten. Sehst du es? Wer hat denn... Weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist Eck Solo. Hat er noch Friedenszeit? Ja. Ja? Ja. Sicher? Ja. Fuck. Läuft denn da hin? Wollen wir ihn verfolgen? Er geht da runter. Okay, komm mal mit. Geh da runter? Oh Mann, ey. Wir müssen noch irgendwo... Passi, ich bin ganz weit hinter dir. Okay. Fuck. Warum hat er noch Friedenszeit? Wir bleiben dem auf den Fersen, okay? Bist du hinter mir? Jetzt? Wieder? Sehr schön. Oh Gott. Hast du gesehen, wo er lang ist? Ist er hier vielleicht irgendwo runter? Ich weiß es nicht. Er ist da in die Schlucht rein, bestimmt. Meinst du? Sieht aber auch nirgends irgendwie nach Lager aus. Komm mit. Alter, guck mal. Das Team geht gerade übel ab. Fuck, Mann. Wollen wir hier irgendwo unsere Wolle noch platzieren? Ja. Hier in der Ecke. Warte, ich mach B live. So. Oh Mann, das tut mir so weh, wieder ein Leben herzugeben. Ich platziere es. Achtung. Geh auf die Seite. Ne, fuck. Warte mal. Nach oben hin muss das frei sein. Ja? Ja. Dann mach ich es da. Erst mal eben was. Ich will es im Wald verstecken. Muss nach oben hin frei sein. Passi, du musst oben die Blätter wegmachen. Ja. So wollte ich das haben. So. So. Essen. Alter. Aber hier haben wir Exs und Dings doch letztes Mal schon gesehen. Hier bin ich nämlich weggefahren. Alter! Schon wieder weg. Das nervt. Sollen wir zur Base gehen und da unsere Wolle rausholen? Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020